jetzt mal echt durch also ich hab das nicht du kommst zum fußball ja du bringst deine tasche mit tust so als wenn du voller sportler wärst und bist nicht auf dem platz wollte es den anderen nur zeigen guck mal ich spiele jetzt fußball und du meinst ich nehme das nicht auf dass du nicht spielst dass du nicht so tust als ob du spielst hier was hast du in der tasche drinnen essen und ein bisschen was zu trinken gibst du was ab jetzt ohne scheiß das ist bestimmt meine wurst von gestern noch drin meine bratwurst klar die du mir geklaut hast ich hoffe du hast senf dabei lauf mit der tasche noch mal nach hause und sag mal du bist ein bisschen zu früh gegangen und dann kommst du später nochmal und bringst senf noch mit komm schon machen du hast so viel geld von mir gekriegt mach das geld war die miete von mir